das gute ding psychotic die packung ist schon geil so ein extra tag heute wird der booster ausprobiert gestern ausgepackt mich hat die verpackung sehr angesprochen fand sie ganz geil und wollte es mir dann allein wegen der verpackung kaufen habe mir dann rezensionen durchgelesen und die waren durchweg eigentlich ziemlich positiv und heißt dass er ziemlich stimulant wäre und sehr stark die letzten booster die ich genommen hatte beziehungsweise damals war ich auch so ein booster freak das ist ja irgendwie jetzt in mode so viele booster rein zu hauen war ich das letzte mal als jack 3d raus kam und das one more rap das heißt vor drei jahren oder so als die auf den markt kamen die ersten dma booster da war ich auch wirklich viel am boosten und das ist jetzt habe ich ein bisschen zurückgeschraubt weil es denke ich mir auch nicht ganz so gesund dass so viele booster rein zu hauen aber der hat mich wirklich angesprochen und abseits von diesen ganz normalen c4 oder sonstiges wo halt ein bisschen koffein drin ist beta alanin und halt nicht so extrem auf die pumpe gehen ist das jetzt mal wieder ein etwas stärkerer ist zwar auch kein dmaa drin aber sollen auch ganz potente stimulantien drin sein also der wird mal ausprobiert geschmack ist cotton candy ich fand die idee ganz geil abseits mal von apfel oder lemon diese typischen geschmäcker also wird jetzt mal ausprobiert erstmal auspacken alles noch frisch eingespeist oh man das scoop on top sonst musst du immer wühlen und hast dann die ganzen finger staubig voller koks hier mit der ganz klaren warnung dass man eigentlich nur einen halben scoop nehmen soll um seine toleranzgrenze mal zu testen da ich aber ziemlich koffein resistent bin das heißt solche stimulantien gar nicht mehr so merke aufgrund meines kaffeekonsums werde ich definitiv mal einen scoop probieren diesmal auch nicht one scoop in anführungszeichen sondern wirklich einfach mal einen ganz normalen scoop also sehr süß schmeckt gut der booster nicht so bitter wie sonst anderer booster wo man sich das runter wirken muss oder das gesicht verziehen muss danach schmeckt gut würde ich jetzt sogar noch mehr trinken von also man soll ja langsam anfangen und da schon scoop genommen hat statt den halben scoop wie es auf der verpackung draufsteht werden wir mal gucken wie die wirkung ist dementsprechend geht es jetzt mal ins training und ich lasse mal die freunde noch probieren die freunde also habt ihr gehört saura schmeckt auf jeden fall aber für ein booster sehr gut ich finde ich nicht ich habe nur deinen ton auf band aber ich habe jetzt habe ich auch noch drauf so ist gleich im training so im gym angekommen kleine privatsession heute das studio ist nämlich zu und wir haben hier direkt mit den neuen bereich aus dem studio unser powerhouse in hechtzheim da werde ich jetzt erstmal ein schönes session ablegen mit meinem booster intus oberkörper steht halt auf dem plan und los geht's so Das war's für heute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Als kleines Abschlussresümee von einem Booster, ich habe ihn jetzt schon zum zweiten Mal getestet, also nicht direkt hinten dran mein Fazit drangehängt, weil einfach tagesformabhängig immer der Booster ein bisschen anders wirken kann. Ich habe jeweils zwei Stunden vorher nichts mehr gegessen, hatte somit einen leeren Magen. Ich hatte keinen Crash von dem Booster, wie viele geschrieben haben, also dass man wirklich dann wie benommen wäre oder wenn man auf irgendwas drauf wäre. Aber wie anfangs erwähnt, bin ich da ja relativ resistent und bin einiges gewohnt. Vom Boost her selbst kann man sagen, ich habe die Wirkung gespürt. Also mehr Fokus war da. Pump natürlich nicht so, weil es sind einfach keine Inhaltsstoffe drin für einen gesteigerten Pump. Deswegen kann ich vom Pump her auch nichts erwarten. Aber so ein bisschen mehr Fokus und mehr Wachheit war auf jeden Fall da. Von daher für mich schon fast so ein Alltagsbooster, behaupte ich jetzt einfach mal, weil ich keine krassen Downs habe oder ihn nicht zu extrem merke. Trotzdem werde ich nicht regelmäßig boosten und versuche das halt nur an Einheiten wirklich zu benutzen, wo ich dann mal wirklich schlapp war oder nicht genügend gegessen habe. Oder jetzt gegen Ende der Diät, wo einfach mal ein bisschen an Energie fehlt, um da nochmal zu pushen. Wenn euch das Video gefallen hat, ich habe mir ein bisschen mehr Mühe diesmal gegeben, mal ein bisschen was anderes zu machen, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen und ein Abo setzen, falls ihr das noch nicht getan habt. Bis dahin, haut rein, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.